Hallo Leute, heute gehe ich mal ein bisschen mehr auf etwas Wissenschaftliches ein, die Wissenschaft und der Koran. Das geht ja schon seit einigen Jahrzehnten darum und jetzt will ich heute das mal anhand von einem Beispiel, nämlich der Behauptung, dass Embryologie im Koran beschrieben steht, möchte ich jetzt mal anhand dieses Beispiels ein für alle mal klären, dass dem nicht so ist. Das heißt vorab, alles was im Koran beschrieben steht, was irgendwie verifizierbar ist, ist falsch. Es stimmt einfach nicht und es ist egal, ob ich jetzt hier über die Embryologie rede oder über Geologie oder Ozeanografie oder was immer es ist. Es ist alles falsch. So, ich nehme dazu mal jetzt ein Video, wo ein scheinheilig lächelnder Deutsch-Türke auf einem Kanal, der sich GC-Media nennt, das hier verbreitet. Das ist auch nicht GC-Media hier in Delhi. Also ich habe nichts gefunden, was die sonst so machen. Und ich benutze das Videomaterial hier unter der Fair-Use-Regel des Urheberrechts und brauche daher auch keine Genehmigung und begehe keine Urheberrechtsverletzungen. Und ich muss das mittlerweile sagen, weil viele Muslime vermehrt auf Kommentare wie dieser hier aus reiner Hilflosigkeit mit illegalen Verleumdungen reagieren und da dann Urheberrechtsverletzungen anprangern oder Persönlichkeitsverletzungen oder sowas. Und das ist natürlich Quatsch. Gäste unter uns, die einfach der türkischen Sprache nicht mächtig sind, aber wir arbeiten da dran. Und als Vertreter Erdogans arbeitet er eben daran, dass alle Menschen in Deutschland türkisch sprechen. So, jetzt gibt es ja mittlerweile Reformbewegungen im Islam, weil die Leute merken, der Islam stirbt und deswegen muss etwas passieren, damit er nicht völlig eingeht. Aber trotzdem gibt es so Menschen wie diesen hier oder auch die DITIB und andere, die wollen das nicht. Die wollen alles tausend Jahre zurückdrehen und sind nicht daran interessiert, dass irgendetwas in irgendeiner Form an die heutige Zeit angepasst wird. Ganz im Gegenteil, die erwarten, dass die heutige Zeit sich an Koran und Islam anpassen, was natürlich nicht passieren wird. So, er sagt jetzt, dass die Message, wie er sagt, das auf Deutsch rüberbringen will und benutzt, wenn es um diese Message geht, selbstverständlich, altarabisch und türkisch. Sollte sich doch jemand auskennen. Also, ich gehe jetzt nicht auf seine rein politischen Äußerungen ein, die alles noch schlimmer machen würden. Ja, Grieche oder wie man sagt, Halbtürke. Und nur zur Erklärung, warum mache ich eigentlich dieses Video? Nun, erstens um denjenigen, die schon mal sowas in der Richtung gehört haben, Fakten und Tatsachen zu vermitteln, damit die selber in der Zukunft darauf eingehen können und selber nachprüfen können, was hier eigentlich wahr ist und was nicht und was der Realität entspricht und was nicht. Und dann, zweitens, versuche ich Islam-Apologeten zu erreichen und diejenigen, die diesen ganzen Quatsch nicht glauben, also beiden Seiten zu zeigen, was hier falsch ist, warum es falsch ist und was sich mit der Wahrheit, also der Realität vereinbaren lässt. Naja, und drittens möchte ich meiner Abscheu Ausdruck verleihen, die ich empfinde, wenn ich solche Videos wie das hier von GC Media sehe, wo hier, ich kann es nicht anders sagen, gelogen und betrogen wird, dass sich die Balken biegen. Und das ist jetzt Klartext von mir, okay, wo ein wirklich ein perfider Widerling referiert, ein arroganter Typ, der Islamismus predigt und durch Lügen und Betrügen versucht, unschuldige Zuhörer arglistig zu täuschen und zu beeinflussen. Er versucht, den Inhalt des Korans so darzustellen, dass nicht nur alles ganz friedlich ist, sondern sogar wissenschaftlich korrekt. Das ist natürlich Blödsinn. Er ist Kreationist, obwohl er behauptet, er habe Medizin studiert, also eigentlich ganz genau wissen muss, dass er lügt und betrügt. Ich meine, er meint, er habe studiert und sieht sich als eine Art Autorität. Dann habe ich auch studiert und ich bin weder eine Autorität, noch stelle ich hier irgendwelche idiotischen Behauptungen auf, die ganz klar gelogen sind und nicht der Realität entsprechen. Sondern alles, was ich versuche, ist Sachen vorzubringen, die nach- und überprüfbar sind. Und meine Ethik und meine Moral werden ja auch nicht von einem altertümlichen Buch geprägt. Deswegen bin ich wahrscheinlich in der Lage, das objektiv zu machen und sachlich zu halten. So, das reicht jetzt erstmal als persönliche Meinung zur abscheulichen Person dieses Herrn Doktors. Eine Person, nein, da lasse ich jetzt auf, bevor ich noch beleidigend werde. Nach der Durchsicht einiger seiner Videos musste ich mich mal emotional auskotzen hier. Und ich hoffe, dass meine Emotionen in wenigen Minuten wieder klar werden, wenn ich hier mal einiges unter die Lupe nehme, was es also von sich gibt. Und dann werde ich auch alles mit Fakten belegen und damit begebe ich mich wieder auf einen sachlichen Boben. Die Realität, Tatsachen und Fachbücher. Und wenn ich irgendwo falsch liege, dann bitte ich um sachliche und fundierte Berichtigung. Da ich gerne bereit bin, meine Meinung zu ändern. Wenn ich mit Tatsachen konfrontiert werde. So, jetzt zu den Videos. Was mir aufhiel, war die unehrliche Haltung von GC Media, die unter meinem Kommentar natürlich sofort gelöscht wurde, um jegliche Kritik zu unterbinden. Wie es ja anscheinend in der Türkei generell gehandhabt wird. Hier mein Kommentar und was passiert, wenn ich nicht angemeldet bin. Weg. Die Anzahl der gesamten bleibt bei 24, wie man hier sieht. Nur mein Kommentar ist nicht mehr sichtbar. Was auch auffiel, war die breite Palette an Behauptungen. Aus mehreren Videos, in denen verschiedene Vorträge gezeigt werden, aber in verschiedenen Versionen und Ausschnitten. Was relativ heftig geschnitten wird und teilweise mit ziemlich störender Musik zur Dramatisierung unterlegt wird. Der Mann, der da redet, ein Herr CB, hat angeblich Medizin studiert, zieht es aber anscheinend vor, so wie ich das auf seinen persönlichen Seiten sehe, das Geld anderer anzulegen. Denn er arbeitet bei MLP und holt für Kunden gute Zinsen für deren Geld raus. Ein Job, der im Islam nicht so gut angesehen sein kann. Es sind also verschiedene Aufnahmen desselben Themas, wobei die Titelüberschriften ständig wechseln. Teilweise auf Englisch, grausam auf Englisch. Allerdings ist es furchtbar, man sollte es lieber lassen, wenn man es nicht kann. Und daher die Links unten, wenn man sich die Originale antun möchte. Ich fange mal mit dem Video an, welches Embryologie im Koran und Islamophobie hieß, als ich es mir angesehen habe. Der vortragende Moslem hier, der redet wirklich völlig konfus und Blödsinn. Zum Beispiel erwähnt er einen anwesenden Prinzen, der eigentlich eine költische Boxer ist und auch nicht anwesend ist. Er ist auch kein Prinz, sondern bekam den Titel Prinz geschenkt. Wir hatten noch einen echten Prinz aus Togo, Prinz Lorenzo, der ist Boxer und Geschäftsmann, aber tatsächlich adelig aus Togo. Er ist stellvertretend für alle, die nach Deutschland flüchten, um ihr Leben zu retten. Nur, er ist nicht geflohen, um sein Leben zu retten, aber irgendwie doch stellvertretend. Nun ist der Lorenzo nicht geflohen, weil er sein Leben retten wollte, aber er ist ein richtig lebendes Beispiel dafür. Er stellt also, was ja hier eindrucksvoll vorgeführt wird, die absurdesten Behauptungen auf. Aber niemand korrigiert ihn. Die Zuhörer lachen höflich, aber lassen ansonsten den größten Blödsinn einfach über sich ergehen, ohne Widerstand. Also, er wird einträufeln, Prinz Lorenzo aus Togo wird anwesend sein. Bestimmt wird er einträufeln. Vielleicht ist er auch komplett aus Wasser hergestellt worden. Naja, okay, lassen wir das. Oder noch, hier ein völlig wirrer Satz von ihm, einem Muslim mit muslimischen Eltern. Und jetzt kommt mein Favorit, warum ich zum Islam konvertiert bin, im Alter von 19, und nicht die Religion meiner Eltern weiterbehalten habe, die ja auch Muslime sind. Hä? Wie bitte? Er hat Muslim-Eltern, ist selber Muslim, und behält nicht die Religion seiner Eltern, den Islam, sondern konvertiert zum Islam. So, alles klar. Der Tür ist doch irre, der ist doch kaputt. Okay, whatever. Wir gehen jetzt mal in sein sogenanntes Fachgebiet. Oder doch nicht Fachgebiet. So, dann fangen wir mal an. Ja, die anderen sehen in uns, also in uns Muslimen, die Terroristen, dass es mag vielleicht so sein, das ist sicherlich auch häufig so. Aber man muss sich auch vielleicht die Frage stellen, warum ist das so? Denn zunächst einmal ist Terrorismus verständlich. Und, so wenn ich das richtig verstehe, zu dulden, wenn es dafür Gründe gibt. Ist das sein Fachgebiet? Hierzulande streiten wir ja auch sehr viel darüber, wie hoch die Minarette sein darf. Na, da gibt es so Reglementierungen, da wird einem dann vorgeschrieben, dass sie nicht länger sein darf, als die Kirchturmspitze. Blödsinn. Das ist alles nur erfunden. Hier ist mal so ein Urteil vom Verwaltungsgericht, wo es einfach nur abgewiesen wird. Ich weiß nicht, wo der seine Aussagen herholt, ehrlich. In der Türkei allerdings, da ist das so, da dürfen Kirchen nicht errichtet werden. Mit einer Ausnahme. Zum ersten Mal seit über 90 Jahren. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, dass da, seit Gründung der neuen, der modernen Türkei, darf 2015 zum ersten Mal eine Kirche in der Türkei errichtet werden. Aber im Alter von 19, als ich diese Verse verstanden habe, als ich den Koran das erste Mal wirklich verstanden habe, bin ich als Türke zum Islam konvertiert. Und hier jetzt wieder eine dieser vielen Wiederholungen von ihm. Und ich erkläre das jetzt mal. Er meint, er sei, als Türke, nicht als Deutscher, erst Muslim geworden, als er der Meinung war, er würde den Koran verstehen. Aber Muslim ist man, wenn man an den Gott glaubt, der von sich behauptet, er habe den Koran verfasst. Nur ist der Koran zum Teil unverständlich und mir ist kein Satz bekannt, der nicht der Interpretation bedarf. Er versteht also den Koran auch heute nicht. Damit ist die Aussage, er sei vom Muslim zum Islam konvertiert, kompletter Schwachsinn. Wir erfahren von Flüchtlingen, nicht Auswanderern, die seltsamerweise nicht aus dem Irak oder aus Syrien stammen, wo man verständlicherweise fliehen möchte, sondern aus Eritrea und Somalia, die seltsamerweise aus jungen Männern bestehen und nicht Frauen und Kindern, die nicht in den Krieg ziehen, wie es ja sonst junge Männer machen. Er redet von jungen Muslimen, die sich radikalisieren, aber er sagt nicht wie und leider auch nicht basierend worauf. Ja, das ist die Originalarbeit von Professor Keith L. Moore. Also nach 13 Minuten steigt er jetzt ohne Überleitung ins Märchen der Embryologie im Koran ein und startet direkt mit den Lügen des Dr. Keith L. Moore, der bereits vor Jahren als solcher entlarvt wurde. Und die Beweise dafür, das Papier, der Vortrag, Video, Artikel, alles vorhanden und steht für jeden zur Verfügung, der danach sucht. Für jeden, der tatsächlich etwas wissen will und nicht den Lügenbaronen wie Harun, Yahya, Zakir, Naik und Co. alles blind glaubt. Das heißt also, dieses Much-to-do-nothing wurde bewusst an eine Komödie von Shakespeare angelehnt, da die Behauptungen eigentlich recht amüsant sind, wenn nicht so viele Menschen diesen albernen Schwachsinn so ernst nehmen würden. Und anscheinend sind jetzt ein paar Jahre vergangen und man kann jetzt wieder die alten Lügengeschichten und die arglistige Täuschung wieder hervorkramen und alles wiederholen. So als ob dies neu sei. Nein und nochmal nein. Es gibt nichts, was in irgendeiner Form Embryologie wäre im Koran. Oder der Sonne. Gibt's nicht, ist nicht, kann nicht. Im Koran steht was vom Kreationismus durch einen paranormalen, metaphysischen Schöpfergott, der Menschen einzeln in Handarbeit herstellt und dazu noch Defekte herstellt. Aber davon hören wir hier im Vortrag nichts, weil der Referent unehrlich ist. Genauso wie Dr. Moore, der auch einfach nur gelogen hat. Und ich habe das oft versucht, mit ihm in Kontakt zu treten und zu fragen, warum. Aber er ist immer davon gelaufen und wollte nicht darüber reden. Sagt immer, er hat nichts mit dem Koran zu tun und das schon seit Jahrzehnten nicht. Und deswegen möchte er in Ruhe gelassen werden. Okay. Also, ich mache mal hier einen kleinen Abstecher in die Biologie, damit wir hier alles ganz sauber aufsetzen, definieren und klar verständlich darstellen. Wenn wir ein Sachbuch nehmen, weil die ist ja, also ich meine, ein Sachbuch ist eigentlich nur ein Buch, das ist ja das, was in der Realität, in unserer Welt, einfach was geschieht. Einfach sachlich und was es neutral beschreibt. Und daneben legen wir einen Koran. Und dann vergleichen wir beide Satz für Satz. Und ich hoffe, dann fallen uns einige Sachen sofort auf. Der Koran behauptet, alles Lebende wird aus Wasser hergestellt. Hm. Davon steht aber im Sachbuch nichts. Ich kann jedem beliebig viele H2O-Moleküle geben. Egal wie kreativ. Man kann daraus nur eines machen. Wasser. Sonst nichts. Das heißt also, ich kann da jetzt Druck hinzufügen. Dann habe ich einen Springbrunnen. Ich kann Höhe dazufügen. Dann habe ich einen Wasserfall. Oder ich kann Hitze rausnehmen. Dann habe ich Eis. Oder ich kann Hitze hinzufügen. Dann habe ich Dampf. Aber erstmal ist H2O immer Wasser. Wenn ich da sonst nichts dazugebe und das bei ganz normalen Bedingungen, Raumtemperatur, einfach wie jemandem in die Finger gebe. Wasser und sonst nichts. Da steht auch nicht, es enthält Wasser, sondern es steht da aus Wasser. So, und anders geht es nicht. Alles andere ist unehrlich. Und ohnehin enthalten Zellen ja eh nicht nur Wasser. Es wäre also auf jeden Fall falsch. Und dann widerspricht sich der Koran und behauptet, Menschen werden in Handarbeit aus Staub, aus Schlamm, aus Lehm oder Matsch oder was immer hergestellt. Stimmt das mit der Realität überein? Nein, in keinster Weise. Nein, in keinster Weise. Enthalten denn menschliche Körper Lehm, Staub, Schlamm? Nein, auch nicht. Stimmen denn wenigstens die Materialien überein, aus denen Lehm und Menschen bestehen? Nein. Das ist Irrsinn. Steht etwas im Koran von dem Material, auf dem Menschen nun mal basieren, also Kohlenstoff? Nee, das fehlt. Völlig. Also entspricht der Koran schon mal in keinster Weise der Realität und ist damit falsch. Fehlerhaft, mangelhaft. Aber was ist denn dann mit der Embryologie? Nun, Embryologie ist die Lehre der vorgeburtlichen Entwicklung. Egal ob Mensch, Fisch oder Igel. Wenn wir uns das Sachbuch ansehen, steht hier nichts von Schlamm, Wasser, Ton, Lehm, Staub oder sonst irgendwas, sondern um irgendetwas in Richtung Lebewesen, vor allem menschlichen Lebewesen, darstellen zu können, erstmal vier grundsätzliche Sachen. So, das ist jetzt der Grundsatz der Embryologie. Mindestens zwei Gameten, also geschlechtsspezifische Keimzellen, Spermatosone und Ovum genannt. Also das eine eine ganz kleine Zelle, Sperma, und das andere, die größte Zelle im menschlichen Körper, Ovum, Eizelle. So, dann zweitens, Bedarf ist dieses Prozesses, der Fusion, der Befruchtung. Und drittens, die resultierende Zygote, die Zelle mit dem kompletten Chromosomensatz. Weil männliches Sperma und das weibliche Ohr wollen immer nur die Hälfte haben. Das heißt also, diese drei, beziehungsweise diese vier Sachen muss ich haben. Ich muss diese beiden Zellen haben, weil nur, wenn beide zusammenkommen, habe ich einen kompletten Chromosomensatz und nur dann kann ein Mensch entstehen. Anders geht es nicht. Und ohne diese Komponenten gibt es kein Embryo und kein Baby. Und schon gar nicht ein menschliches Embryo und ein menschliches Baby. Wird auch nur eines dieser vier Elemente im Koran erwähnt? Und nein, damit enthält der Koran auch keine Embryologie. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Das ist die Basis der gesamten Embryologie. Wenn die nicht vorhanden ist, ist es auch keine Embryologie. Vor allen Dingen, wenn dann hier ein metaphysisches Wesen, welches außerhalb des bekannten Universums Menschen in Handarbeit kreiert, dann ist das Kreationismus und keine Embryologie, keine Biologie. Und der Versuch, die im Koran verwendeten Begriffe in moderne Objekte oder Prozesse zu verwandeln, das scheitert kläglich, sobald man den Gebrauch der Worte an anderer Stelle sieht und die dazugehörigen Tafsire und Hadithe liest. Jetzt muss man den Werdegang oder den Islam verstehen oder wie man den versteht. Da muss man diese ganzen Prozesse kennen. Man muss wissen, wie man sich dort im Islam verhält. Und man muss das Prinzip der Analogie verstehen. Da muss man wissen, was der Islam eigentlich ist. Und das scheint hier bei diesem Deutsch-Türken nicht der Fall zu sein. Die Wörter selber sind in verschiedene Lexika aufgeführt und werden nie als Spermium, Ovum oder Sygote bezeichnet. Nutfa ist immer eine Flüssigkeit. Erst in heutigen Büchern erscheint dann von der Al-Sindani gestartete Versuch, den Koran modern aussehen zu lassen, was ich hier zu genüge in anderen Videos wie den ganzen Haman-Videos usw. erklärt habe und was kläglich scheitert, sobald man das Gehirn einschaltet und sich fünf Minuten mit dem Thema beschäftigt und dann ein Sachbuch daneben legt. Nicht einfach hinterher weglesen, sondern Satz für Satz nebeneinander vergleichen. Dann sieht man, dass diese Nutfa nicht eine Mixtur ist, sondern nur etwas Flüssigkeit, was ja im Koran und der Sonne zu Genüge genau so verwendet wird. Es kann ja auch gar nicht sein, weil das, was der Onkel Doktor hier weismachen will, das geht ja gar nicht, weil männliche und weibliche Sexzellen völlig unterschiedliche Eigenschaften haben. Die weibliche Ovum-Ei ist die größte Zelle im menschlichen Körper und hat zum Beispiel keinen Fortbewegungsmechanismus, was bei einem Spermocysohn ja der Fall ist. Es reichen also nur fünf Minuten aus, um zu erkennen, dass Kies Mohr einfach nur gelogen hat, weil Nutfa, Alaka, Mugda und Satz nichts mit der Realität zu tun haben. Der Koran sich aber, rein zufällig natürlich, fast Wort für Wort mit Galens Interpretation deckt. Besonders schlimm steht es um den Begriff Alaka, was manchmal als Blutegel, mal als hängendes Ding oder als Blutklumpen dargestellt wird. Jetzt mal als Beispiel, ein Blutegel hat zwischen 60 und 100 Zähnen. Hat ein Embryo Zähne? Wohl kaum. Ein Blutegel ernährt sich von Blut. Im Embryo ist das ein Transportmechanismus. Der Blutegel, der beißt sich auf der Haut fest. Ein Embryo schwebt in Flüssigkeit, verbunden mit der Mutter, über eine flexible Nabelschnur und eine Plazenta. Der saugt Blut. Embryo wird von der Mutter mit Blut versorgt, durch das Herz der Mutter. Ein Egel hat fünf Augenpaare, legt Eier. Legt ein Embryo Eier? Ein Blutegel lebt im Schlamm am Boden von Tümpeln und sind vor allen Dingen Hermaphroditen. Das heißt also zweigeschlechtlich. Ein Embryo in den seltensten Fällen. Also herzlichen Glückwunsch an den Apologeten, der sich das mit dem Egel ausgedacht hat. Das ist ja wohl der größte Blödsinn überhaupt. Man braucht auch wiederum nur wenige Minuten, um festzustellen, dass der Koran sich irrt und völlig falsch ist und jeder Versuch hier aus dem Wirrwarr einen wissenschaftlichen korrekten Text aus der Biologie zu machen, einfach nur albern und unehrlich ist. Wenn man sich die Texte einfach nur mal anguckt, man braucht ja nur mal weiterzulesen. Wie kann das denn sein, dass der Koran sagt, es werden Knochen gebildet, nämlich nach Aristoteles und Galen und Hippokrates, die sagen, jawohl, es bilden sich erst Knochen und das wird dann mit Fleisch ummantelt. So sagt auch der Koran. Ist aber gar nicht so. Wieso macht unser Herr Doktor das also? Warum versucht er uns mit seinen Lügen zu täuschen? Das hat nichts mit der Realität zu tun. Und er geht immer weiter mit seinem Blödsinn. Übrigens, Professor Keith L. Moore ist die unangefochtene Nummer 1 auf dem Gebiet der Embryologie. Also sowas wie eine Nummer 1 unter Embryologen gibt es nicht. Da gibt es keine Wettbewerbe, wer der beste Embryologe ist. Das ist Quatsch. Und dieser Moore, übrigens Jahrgang 1925, also längst im Ruhestand, der ist lediglich ein korrupter, schamloser Lügner. Das ist bewiesen. Wodurch? Durch die eben vorgebrachten Tatsachen und dann durch Moore selber. Man muss doch nur mal ein bisschen nachdenken. Sein erfolgreichstes Buch, The Developing Human, und hier ist so die zehnte Ausgabe, wurde vor 40 Jahren von Sindani, ich sag mal, bearbeitet. Übrigens der Sindani, der auch den französischen Ars Buquet angeworben hat und die Konferenzen mit Wissenschaftlern organisiert hat und die dann gefilmt und so zugeschnitten hat, als ob sie etwas Positives über den Islam, den Koran gesagt hätten. Was aber gar nicht der Fall war, wie sie es ja selber hinterher klargestellt haben. Und dieser Sindani hat Moors dritte Ausgabe verfälscht und mit kreativisten Sätzen aus Koran und Sunna versehen. Und diese Ausgabe, die rote, ist nicht außerhalb von Islamstaaten erhältlich und wurde von Osama Bin Laden gesponsert, was ja auf der Rückseite bestätigt wird. Und hier sieht man auch, dass nicht Moore, sondern Sindani die islamkonformen Inhalte eingefügt hat, weil Moore kein Wort Arabisch sprach. Seltsam nur, dass in den darauffolgenden Ausgaben dieses Buches, also von diesem Dr. Moore, nichts mehr davon zu sehen ist. Und der Koran lediglich in einem Nebensatz im Vorwort als antike Legende abgetan wird. Was es ja auch ist. Und Moore wurde über die Jahre nicht nur von mir, sondern Dutzende kontaktiert und hat alle gebeten, ihn in Ruhe zu lassen mit diesem Thema. Und er habe seit Jahrzehnten nichts mehr mit dem Koran zu tun gehabt. Also ist Moore auch nie Muslim geworden. Und er ist auch nie, wie ich schon öfter behauptet würde, wegen des Korans auf die Knie gefallen. Ei, der hat einfach nur zwei oder drei Blätter abgelesen und die dritte Ausgabe eines seiner Bücher zur Verfügung gestellt, mehr nicht. Er hat auch nie, was ich auch schon gehört habe, mehrere Nobelpreise erhalten als Embryologe des Jahrzehnts oder so was. Und er hat nie etwas Herausragendes getan. Und in seinem Lebenslauf, der mir vorliegt, wird sein Aufenthalt in Saudi-Arabien nie erwähnt. Obwohl alle anderen Aufenthalte und Ansprachen akribisch aufgeführt sind. Und die vor einem Muslim-Publikum fehlen völlig. In all seinen Büchern erwähnt er nie, nicht ein einziges Mal, den Koran als Quelle, sondern nur als antike, fehlerhafte Darstellung der Entstehung des menschlichen Lebens. So wie die der Babylonier, Ägypter, Griechen und Römer auch. Nur, unser Referent will davon noch nie etwas gehört haben, obwohl es eigentlich zu seinem Wissensgebiet gehören sollte. Und er aufgrund der Sorgfaltspflicht sehr wohl auf diese Tatsachen hätte stoßen müssen. Das ist unglaublich. Stattdessen verkriecht er sich hinter dieser wirklich alberne Linguistik. Nachdem er dann diese Verse, dann auf die Verse aufmerksam wird, geht er zu Sheikh Abdul-Majid Zandani, das ist ein Professor für Arabistik an der König-Abdul-Aziz-Universität in Jidda, und bittet ihn, diese Verse mal richtig zu übersetzen. Weil er begreift eine Geschichte sehr schnell. Weil die Übersetzungen stimmen nicht. Warum stimmen die Übersetzungen nicht? Weil keiner der Übersetzer dieser Ulamar Ahnung von Embryologie hat. Wie bitte? Zunächst mal, Zandani ist kein Professor und schon gar nicht der Arabistik, sondern ein Salafi-Politiker in Jemen und Gründer der Kommission für wissenschaftliche Wunder im Koran oder irgendwie sowas. Seine Behauptungen bezüglich Aids-Heilung wurden auch als reine Lüge entlarvt. Und wegen seiner Verbindung zur muslimischen Brüderschaft und diversen, sagen wir mal, radikalen Organisationen steht er sogar auf der Terroristenbeobachtungsliste des CIA. Und er hat ja dadurch dem Islam unendlich geschadet, da er die Texte von einer spirituellen auf eine wissenschaftlich verifizierbare Ebene runtergeholt hat. Und hier können Koran und Co. natürlich nicht bestehen. Ich habe alles nur mal zusammengetragen und in einem wirklich sorgfältig recherchierten Video damals dargestellt. Nur wurde es dann von einer Firma in Saudi als Urheberrechtsverletzung gemeldet und gelöscht. Und seltsamerweise konnte es auch nach Feststellung meiner Unschuld, dass also überhaupt keine Urheberrechtsverletzung da vorhanden war, nicht wieder hergestellt werden. Und wenn ich es erneut hochlade, wird es sofort wieder gelöscht. Da will also jemand diese Inhalte vertuschen. So, jetzt zu den Übersetzungen. Warum stimmen die Übersetzungen nicht? Weil keiner der Übersetzer dieser Uellermar Ahnung von Embryologie hat. Ein Übersetzer muss keine Koryphäe und kein Fachmann sein. Eine Übersetzung ist immer nur so gut wie der zu übersetzende Text. Wenn der Ursprungstext blödsinnig und falsch ist, kann die Übersetzung nicht plötzlich die Fehler ausbessern. Wenn da was von Schlamm, Wasser, Blutklumpen, Stück Fleisch steht, kann man das nur so übersetzen. Er kann aus diesen paar Worten kein Fachbuch für Embryologie zaubern, wie es hier unser deutsch-türkischer Kreationist versucht. Er meint, wenn da was von Flüssigkeit steht, heißt das nicht Flüssigkeit, sondern die Fusion der Gameten als zwei Haploide zu einer Zelle mit einem vollen Chromosomensatz einer Zygote. Na klar, ein Seemann sagt Periskop dazu und ein Pilot Landeklappen. Jeder so, wie er gerade will. Ach, come on, du kannst doch nicht einfach irgendwas dazu sagen, wenn da steht, das gibt's da gar nicht. Ich kann nicht sagen, Nutfer, was eine Flüssigkeit ist und plötzlich ist das eine Fusion der Gameten. Also, ich verstehe das gar nicht. Nur, welchen Wert hat da noch der Koran, wenn da jeder hergelaufene Finanzjongleur da rein interpretieren kann, was er will? Kapiert er das gar nicht? 1980, 1991 habe ich den Vortrag gehalten. Und ihr könnt euch vorstellen, damals gab es kein Internet. Damals gab es kein Internet. Natürlich, in CERN, in der Schweiz, gab es das schon damals. Von wegen Internet gab es nicht. Blödsinn. Die Forschung hat seit Hunderten von Jahren immer mehr über die Entstehung von Menschen herausgefunden. Anders als Koran und Co. entwickelt sich die Wissenschaft und zwar weiter, vorwärts, wird besser, präziser. Und die Fehler im Koran werden schon lange aufgezeigt. Und das Buch von Professor Needham, hier ein Ausdruck, wird von Moore sogar zitiert. Der Typ erzählt völligen Schwachsinn, völlig wirres, unlogisches Zeug. Wie kann der solche Sachen zu Keith Moore sagen, der kein Wort Arabisch kommt? Und er ist recht nicht Altarabisch. Der angeblich einfach merkt, aus dem Blauen heraus, dass dieses Altarabisch falsch übersetzt wurde. Woran erkennt er das? Wodurch? Wie? Ein Wunder? Ich meine, sein Buch gibt es seit 1973. Und in der 10. sind vom Inhalt des Korans gerade mal drei Sätze übrig geblieben. Unter geschichtlichen Mythen und Legenden. Auf Seite 5. Das ist die Realität. Und nicht der Blödsinn hier im Video vom größten, besten, tollsten Embryologe. So ein Quatsch. Ich meine, das passt da alles nicht zusammen. Er sollte mal lernen, das Internet zu nutzen und zu recherchieren. Dann würde er sich auch nicht so blamieren. Informationen über die Entwicklung des Embryos kann Mohammed eigentlich nicht gehabt haben, weil das Mikroskop ist erst im 17. Jahrhundert entdeckt und entwickelt worden. Warum auch? Der Koran wurde ja nicht von Mohammed geschrieben, sondern Wort für Wort durch Engelpartie oder was immer übertragen. Aber in der Realität hier auf unserem Planeten hatten Griechen schon eine Vorstellung, was da abläuft. Grob zumindest. Und das hatten die Araber damals auch durch Beobachtungen. Ich meine, die waren noch nicht blöd. Und diese Beobachtungen, die finden wir im Koran wieder. Und dann ein paar hundert Jahre später mit Folklore und Logenden vermischt in den Hadith. So, und das war es dann auch schon. Und das, ach Gottchen, das Mikroskop ist nicht entdeckt, sondern erfunden worden und dann weiterentwickelt worden. Mann, kapiert der denn gar nichts. Und von Logik hält der auch nicht viel. Wenn ein allwissender Gott einen Text verfasst, dann weiß dieser allwissende Gott auch, dass Menschen heute alles falsch übersetzen und sorgt dann dafür, dass alle Menschen dieselbe Sprache sprechen oder, wenn das zu viel verlangt ist, dass dieses so überaus wichtige Buch in allen Sprachen zur Verfügung steht. Also ich würde als allwissender und allmächtiger Gott das so machen. Vor allem, wenn ich auch allgütig wäre und wegen meiner eigenen Faulheit Menschen ins Fegefeuer kommen würden. Aber das ist Logik. Und Götter mögen Logik wohl nicht so gerne, wie mir scheint. Das ist übrigens der zweite Grieche, von dem ich heute reden will, Zorzis. Das ist ein gebürtiger Grieche aus Großbritannien. Der ist islamischer Redner, der trägt eine ganze Menge Sachen vor. Und von ihm habe ich auch eine ganze Menge Dinge in meinen Vortrag integriert. Nur zur Vollständigkeit nochmal erwähnt. Ah ja, mein Lieblingsheld. Ein Apologet, den ich schon vor Jahren auf seine wirkliche Größe runtergestutzt habe. Der schließlich klein beigegeben hat und alle Behauptungen bezüglich Embryologie im Koran widerrufen hat. Und nach seiner kompletten Niederlage durch die Professoren Hoodboy und Krause und so weiter dann das Handtuch geschmissen hat. Und letztlich nach seiner aufgeflogenen Affäre mit der Sex-Dating-Seite fast völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Unser Finanzjongleur besitzt diese Ehrlichkeit nicht und macht tapfer weiter. Er zeigt jetzt ein paar Videos aus der heutigen Realität und versucht krampfhaft einen Bezug zum Koran herzustellen. Was natürlich scheitert. Die arabische Sprache ist eine sehr reiche Sprache. Deutsch ist schon schwer. Hat so ungefähr 78.000 Vokabeln. Quatsch! Goethes Wortschatz umfasste ca. 22.000 Worte. Der von Shakespeare etwa 29.000. Aber im Allgemeinen setzt man den Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache auf zwischen 300.000 und 500.000 Wörter. Das Duden-Korpus hat einen Umfang von knapp 9 Millionen Wörtern, also Grundformen. Arabisch hat einen Vokabelschatz von ca. einer Million Vokabeln. Das ist ein Blödsinn. Es sind im Arabisch nur wenige tausend. Das ist eine semitische Sprache. Also aus dem Hebräischen völlig anders aufgebaut. Und damit ist diese ganze Erbsenzählerei völlig irrelevant. Dieser primitive, eingebildete ***. Er scheint sich aber daran hochzuziehen. Er vergisst, dass Arabisch höchst simpel aufgebaut ist und ein beliebiges Wort zig Bedeutungen haben kann. Also höchst unpräzise ist und damit ungeeignet und wertlos für präzise wissenschaftliche Texte. Es ist eine komplexe Sprache, vor allen Dingen das moderne Arabisch, absolut. Aber es ist ungeeignet für wissenschaftliche Darstellungen. Und das ist der Nutfer. Moment, eben war es noch was ganz anderes. Eine männliche Zelle, Spermatuzun und gleichzeitig eine weibliche Zelle und Diffusion. Was ist denn jetzt damit passiert? Jetzt sagt er, das Wort heißt etwas völlig anderes. Ein Tropfen, der sich sammelt und kurz bevor er runtertropft, kurz bevor er von der Decke herunterfällt, das ist Nutfer. Die Herkunft stammt aus mehreren Quellen, von Mama und von Papa. So, und wenn wir jetzt in den Korpus gehen, ich nehme mal hier die englische Version, dann sehen wir doch, we created a man from steam and drop, mixture und so weiter, made from hearing inside und so weiter. We created a man und so weiter, da sieht man eben diese ganzen Samen. So, und das ist jetzt der Märchenonkel. Der Menschen erzählt diese Lügen seien Tatsachen. Das ist schon schlimm. Ist das wirklich, was der Islam mit einem Menschen macht? Das kann doch gar nicht stimmen. Alles, was wir hier sehen, ist, dass Aristotele bis ins Mittelalter rein vom Islamgelehrten als Autorität und Vordenker angesehen wurde. Und die das verkorkste Weltbild und die Einschätzung der Frau übernommen haben. Was ja im Koran ganz klar dargestellt wird. Der Mann, der Sklave und die Frau und das Männer ganz klar in die Stufe über den Frauen stehen. So wird es heute noch im Koran dargestellt und von Muslimen gelebt. Im Christentum wurde das Thema genauso gesehen. Bis hier vor ca. 300 Jahren auch so eine Realität einkehrte und die mittelalterliche Einstellung verdrängte. Im Islam ist das offensichtlich noch nicht passiert. Obwohl es da Bemühungen gibt. Nur es gibt eben, wie gesagt, Leute, die das gar nicht wollen. So, seine Behauptung, Frauen wären in Europa als Hexen hingerichtet worden, weil sie eine entscheidende Rolle bei der Schwangerschaft spielten, kann ich nicht bestätigen. Hierzu habe ich nirgendwo Angaben gefunden. Nur, dass sie wegen Hexerei, also Magie, die Göttern vorbehalten war, wie magische Heilung. Dass sie deswegen grausam verbrannt wurden. Im Islam werden heute noch Frauen barbarisch zu Tode gesteinigt. Auch in der Sunna finden sich ja Hinweise, dass die Hölle zu 99% aus Frauen besteht. Eine Kopie des alten Gedankens, dass Frauen wie Eva eher dem Teufel zugehörig sind und Männer zu Gott. Weshalb ja die Darstellung des Himmels im Koran fast ausschließlich Männern gewidmet ist. Aus dem Nutfer kreieren wir das Alaka. Was ist ein Alaka? Der Alaka auf Arabisch ist ein Blutsauger. Sieht nicht so aus, macht nicht, tut nicht, ist nicht. Das denkbar schlechteste Beispiel, was es gibt, wie wir ja eben gesehen haben. Völlig Banane. Aber er setzt noch einen drauf. Verblüffend ähnlich. Das ist doch Märchen, Wunschdenken und Erfindung. Lügen und Betrügen. Aber warum? Gibt es im Islam nichts Besseres als so einen Schwachsinn? Ich meine, dieser Schwachkopf zerrt den Koran unter das Mikroskop der Wissenschaft, wo der Inhalt empirisch, sachlich und akribisch verifiziert werden kann. Und kläglich versagt. Warum also? Es ist doch albern. Es ist tatsächlich so. Also zuerst entwickeln sich die Knochen. Und hier sehen wir das genau mit den Knochen. Er behauptet das jetzt auch. Aber es ist sachlich falsch. Jeder kann das heutzutage ganz einfach überprüfen. Wieder einmal den Koran und dann ein Sachbuch nebeneinander legen. Und dann kann man es doch sehen. Warum lügt er also so dreist? Wozu das Ganze, wenn jeder mit zwei Gehirnzellen merkt, dass hier betrogen wird? Und dann sofort den Islam in Frage stellen muss, der so betrügen muss, um ernst genommen zu werden? Ist mir unverständlich, warum er das macht. Es hilft doch keiner. Die Knochen werden für Kassona angezogen. Elbisse gibt Gidriliur. Umgeben mit Lähm. Interessant? Nee, nicht interessant, sondern falsch, Herr Doktor. Beim Tier bleibt das Schwänzchen weiter erhalten. Wirklich? Das Schwänzchen bleibt? Nein, das ist falsch. Hier ist ein Tier ganz ohne Schwanz. Und zweitens ist der Schwanz ein Indiz für die Evolutionstheorie, wo vestigiale, also verkümmerte Organe en masse im Menschen vorhanden sind. Und das zeigt eben, dass eben diese Evolutionstheorie richtig ist, dass wir also tatsächlich irgendwo ein Vorfahren haben, der ganz anders ausgesehen hat. Das ist mein Favorit. Das ist der Grund, warum ich auf die Knie gefallen bin. Das muss man verstehen. Das kann man nicht verstehen, wenn man keinen Bezug zur Embryologie hat. Also, partly formed, partly unformed. Das ist der Hammer. Und schon wieder ein Favorit? Wie viele davon hat er denn, weshalb er auf die Knie gefallen ist? Wie oft macht er das denn? Ach so, das kann kein normaler Mensch verstehen, sondern nur medizinisch geschultes Personal? Wirklich? Komisch. Ich dachte immer, der Koran sei für alle bestimmt, nicht nur für Ärzte und medizinisch geschultes Personal. Er zitiert jetzt einen Teil eines Satzes, der völlig banal ist, aber durch Wunschdenken zu einer modernen Erkenntnis wird. Der Stammzelle. Erwähnt der Koran eine Zelle? Nein, natürlich nicht. Der Typ hier im Video macht aus einem ungeformten Klumpen eine Stammzelle. Abracadabra. Ach, Mensch. Junge, warum? Ist das wissenschaftlich korrekt und integer? Ist das ehrlich und ethisch einwandfrei? Ist das der Standard eines Arztes in Deutschland? Ist das, was ein Akademiker heutzutage macht? Dabei verbietet doch der Koran das. Gut. Wenn ich mir die anderen Videos angucke, geht das immer so weiter. Ein Embryo entsteht nicht in Phasen. Wir Menschen haben Entwicklungsphasen und Stufen erfunden, um eine bessere Basis für Diskussionen und den Austausch von Informationen zu haben. Und hier redet der Onkel Doktor aus der Türkei nur wirres Zeug. Also, ich glaube, ich habe gezeigt, dass Embryologie im Koran nicht vorhanden ist. Ich hoffe, ich habe gezeigt, dass jeder selber nachgucken muss, bevor er irgendetwas glaubt. Und ich hoffe, ich habe dafür gesorgt, dass Leute solche Vorträge mit Vorsicht genießen und hinterfragen, was ist hier eigentlich gemeint? Was ist der Sinn dieses Vortrages und wie weit entspricht er der Ehrlichkeit? Ich hoffe zumindest, dass ich das getan habe. So, wenn das jetzt hilfreich war, was ich jetzt gemacht habe, dann Daumen hoch und wenn ich Daumen runter. Was mich aber freuen würde, ist, wenn jemand, der den Daumen runter dann anklickt, mir sagt, warum? Ist das einfach emotionell oder habe ich tatsächlich etwas sachlich Falsches gesagt? Wenn ja, dann bitte sagt es mir doch, weil ich bin gerne bereit, meine Meinung zu ändern. Danke und bis zum nächsten Video. Ciao.